Ein kleines Pedos, so schneideriches Schwein, so. Digga, der hässliche da, der nervt auch. Wenn man da nicht rumgehen kann, dann habe ich auch der Robi da. Eine geile Warf-Vorsitzung. Du scheiß Hässlmann, Alter. Scheiße, du hässliche Funden. So, wer ist Team Blau? Ich und der Noji sind im Team. Und der Marlon ist im anderen Team. Marlon, du gibst ihn doch. Hä, wo bin ich? Ich bin nicht einmal im Team. Ich bin in dem Scheiß-Happen. Ja, du kannst ja die Drohnen öffnen, das ist voll geil. Trotzdem interessiert es mich nicht, dass ich jetzt auch in einem Team bin. Nein, du bist ja da auch in einem Team. Dann jammern wir immer, wenn ich lab ihn. Und die laben wir da nicht. Das erste Mal, dass ich mit Noji in einem Team bin. Dann machen wir auch, Alter. Yo! Oh, ja! Damage-Wing! Habra ist Spawner, ich habe ein Team mehr über mich in der Gipfel. Hä? Wieso? Habra, Alter. Digga, jetzt würde ich mir erst einmal Waffen taten. Oh, ich bin nicht an, Maxi. Oh, ich bin nicht an, Maxi. Ich bin einfach ins Kinderdome, da. Habra, Alter. Allah fiel auch eine. Maxi! Du bist jetzt da! Und check mir, warum ist mir du schon wieder armutzt? Ja, Alter... Maxi, hilf mir! Du fragst mich so wichtig, weil du das genau wirst. Ich will grad selber umgebracht mit meinem scheiß Flugzeug, Alter. Ah, fuck. Ich bin ja angestürzt, du ist so. Weil ich irgendwie angeschossen habe vielleicht. Ah! Joann! Ich stirb, weil ich reingeschwurste habe. bin, weil das ich Wüß fahren kann? Maxi ist auch gestorben schon. Ja, wir müssen die Wüß fahren müssen, weil ich ging erst. Komm, fliegen wir gemeinsam mit einem Flugzeug. Komm, fliegen wir mit einem Galaxy Flugzeug. Also auch mit Galaxy Flugzeug. Greift uns auch. Rekoman, Mochi, die Jets landen. Team war gesagt, ah ja. Da, wir müssen unseren Teamkollegen verteidigen, weil er viel anballert. Aber ich ballert ihn gerade für einen Gegner. Da kommt einer. Ich knüpfe mir den im roten Flieger vor. Maxi, du fliegst mal in die Flugbahn. Er ist auch weggesprungen. Ich mache auch mal wieder Blindschüsse. Oh, da hat er ein Zehnerhit von mir. Er haut wieder an. Voila. Ja. Voila. Avara. Der scheiß Lechse, ich hasse den Skinny-Manager. Globen. So. Da schon. Ich bin... Ich flieg Richtung Marlon seit Basis. Scheiße. Scheiße. Damage Ring. Da kommt ein Hurensohn. Da fliegt ein Hurensohn. Vor mir. Ich weiß noch nicht, ob das der Marlon ist. Oder irgendwer. Avara. Ich bin bis jetzt noch keiniges Mal für den Hurensohn. Deswegen hasse ich solche Spiele, wo wir nicht im Team sind. Weil dann immer die Freundschaft kostet ich nicht ganz. Da auf unserem Haus ist kein Problem. Na, ey Digamaran. Wenn wir beleidigen, ist ja eh nur Spaß. Ich stimmt. Wenn wir Hurensohn sagen, weiß jeder von uns, dass nur Spaß ist. Havo, du dumm... Du dumm... Du dumm Nuss! Ne, Alter, Lexa, der scheiß Huren-Skin, der fuckt mich bis jetzt immer noch. Jobben. Lexa ist auch die dümmste Fotzen-Skin, den ich kenn, Alter. Da, ich hab... Ist nicht so eine... Ja, genau deswegen. Komm, Alter. So, ich flieg wieder. Havara, der hat mein Team mehr, dass du behindert hast, also die Anime-Fiction umbringt, Alter. Sagt das Anime oder Anime? Anime. Äh, Anime. Der sagst jetzt... Also, sagst du ein Anime, sagst. Ich sag Anime, Alter, du fuck... Ist jetzt so. Die will ich nicht besucht, sich viel geil auf. Havara, ich hab als erster geschossen, sie gibt mir einen Headshot mit, aber Hauptsache meine Schuhe. Da unten, wir müssen die Flieger bombardieren. Die steigen da gerade in die Fliege. Okay. Da ist einer. Welcher Jota hat er geschossen? Da. Scheiße. Maxi, wer bombardiert? Bitte unterstütz ihn. Nehmen wir. Unterstützung läuft, Ludi. Scheiße, auch nicht missen. Wir haben. Ich bin hinter dir. Ludi, der Rote ist wieder unterwegs. Nein, ich bin... Auf mich wird geschossen. Ich muss abgeräumt. Oh geil, Leute. Ich weiß auf wen ich gerade schirr's. Guck mal, da jetzt. 91er Hit. Nur mal an. Flugzeug hin. Ich bin angestürzt. Malon hat mich erschossen. Malon hat mich abgeräumt. Malon hat mich abgeräumt. Aber Leute hat der schon... Also oben am Dach. Und jetzt wieder die scheiße Anime-Fopzen. Geil. Kommt an, ich biete... Oh alter. Renegade ist bei uns in der Basis. Fickst du uns kurz. Oh nein. Vielleicht. Ist das schon wieder die Anime-Fopzen? Naaa, mein... Renegade ist bei uns. Maxi, bitte Unterstützung. Flucht. Als Renegade. Du meinst du echt nicht- Renegade. Ja, weiß nicht wie das sisi wer das ist. Äh, ich glaub eher du redest von Feuer Renegade. Weil bei mir ist ein Feuer. Ich hab einen Bomber unterwegs, mit Raketen, der rote startet später, der rote startet später, der rote startet, der rote startet, der rote ist gestartet, der fliegt genau auf euch zu, auf unsere Basis. Er ist okay jetzt. Schau wieder die Scheiße an, ich mich putzen da oben. Wo ist einer? Alter, ich hasse... Nee, Alter, ich muss gleich wieder. Legg dir die Scheiße an. Ja, Alter, die kämpft bei unserer Base oben. Wo ist einer? Ich komm grad außer von mir. Ich werd direkt gefickt. Das ist für die Verarsche. Geh da. Schau wieder! Alter, wie un... Alter, Spawn-Kill, das ist so unfair. Wenn das jetzt nur fünfmal passiert, euer kann es nicht. Das kommt einer. So, scheiß Spawn-Kill, euer... Ich bin ja mein geflogen. Der rote Flieger kommt. Der ist ausgestiegen. Okay, der Flugzeug ist zerstört. Und ich geh zu einem aufb. Renegade. Zack, an ich mich putzen hat 130. Er ist tot. Ich flieg weiter. Dann können wir mehr bombardieren. Da kommt einer. Warum kann man die Scheiße eigentlich nicht verwenden, oder? Er steckt aus. Ich steck auch wieder aus. Ich will folgen. Er ist oben. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr schön. Der ist roter. Der ist roter. Ich hab ihn roten. Der ist ein Flugzeug. Der ist roten. Der ist ein grüner. Digga, so hässlich. So hässlich. Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Anni mich fotzen. Doch. Er hat ein Blue Life Schild verloren. Blue Life. Renegade. Renegade, Renegade. Er geht gerade rauf zu dir. Über die Fütten. Aber was ist das für ein scheiß Spawn? Problem. Maxi, pass auf. Wie gut ist denn er? Ja. Ja, was? Haha. Was geil ist. Wie kannst du nichts tun? Er ist zu low. Er ist zu low. Er ist zu low. Ja, sehr schön. Ich flieg weg. Ich bombardier jetzt die Bombis. Aber das anni girl regt mich so auf. Du schleichst. Ich lechse es gerade bei mir. Ja, Alter. Weil die Rocket ist auch, Alter. Weil es mir am Arsch geht. Ich werde auch geschossen. 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 Herr Marlon. Wo bist du? Ich f*** dich nicht. Im Arsch. Ich bin da. Ja, moin. Und so mit Rocket Launch der Marlon. Na, das war ich nicht. Ja, aber trotzdem. Also mein Rocket Launch schon. Aber der kill das war nicht. Ja, ihr unterstützt Maxi. Ja, mein das war ich. Ja, mein das war doch mal. Aber noch ein paar Flugzeige auf aufgestürzt. Ja, das war ich. Weißt. Bist du gerade in den Zahn reingeflungen? Ja. Hehehe. Legster kommt wieder. Oh, habe ich mir die da flieg. Oh, bin da für die. Oh, bin da für die. Nein, ich habe mich nicht die da. Nein, jetzt war ich. Ich beschweif' dich. Ja, ich bin froh. Weil ich bin froh, wenn die Runden aus ist, oder? Weil ich bin nicht nur mal die Runden durch. Ich habe mich nicht zu wünschen. Weil es klickt drauf. Hopp an! Ich wollte bis ich an dem Flugzeug. Nein, ich bin normal. Auf der Base. In der Base. Ich brauche Unterstützung. In der Base. Schleich dich! Schleich auch noch, Leute. Na ja, dort sehen wir uns. Hoi. Mensch, da sehen wir uns. Meine Oma. So. Auf. Auf! das ist ein kommentiert kommentiert und gleiche zu tun ja egal zu tritt bombardieren muss das heißt dass wir im damage mitnehmen das heißt erst mal verkacken Soll ich ein Damage-Boost drehen? Faban? Oh no, der Marlon zieht auf mich. Ich hab Angst. Ich rankle um mein Leben. Ich hab Marlon. Aber ich hab den Marlon auch nur gequält, weil ich grad irgendein Ding gehabt hab, weil ich grad ein Damage-Boost gehabt hab. Oh Mist, check me. Marlon, attackiert mich. Ich kauf mir jetzt ein Ska. Wir haben jetzt ein Ska gekauft. Oh, das ist weiter. Oh, das ist weiter. Renegade ist schuldig. Na. Komm. Komm, lass ich fliegen mal wieder hier. Ja, warte mal. Komm, nimm mal wieder den Booster mit. Keine Ahnung, was das ist. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Ja. Auf mich wie geschossen? Wie gehören sie? Schießt auf mich? Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn sicher. Ich habe ihn bitte. wow oh scheiße der Sandmann, so mein Gott wo man was sagen die wir sind mal an mir hat der kirk zu zu viel? Ich bin dauernd. Ok, ich fließe wieder hier. Hier haben wir eine normale Luft. Na. Scheiße, Stimme. Ich bin aber nur bei den roten. Ok, ich komme jetzt bei den roten. Ich komme jetzt bei den roten. Ich komme jetzt bei den roten zu uns, weil sie einen Sturm haben. Sehen Sie mal, bis sie Schaden kassieren, die roten. Ich glaube, sie gehen mal anschauen. Ich komme mal unten. Das ist der maler. Ja. Nein. Das ist der maler. Ich habe malen mit einem Hedge. Ich weiß jetzt wenigstens, wie mal unsere Lackierung. Ja. Ist so eine schwarze oder auch so eine schwarze dunkle. Ja. Ui. Gut gemacht. Oh, lecker. Da hinten ist er. Da hinten. Ach so, das ist ja... Das ist... Galaxy. Da hinten ist er. Und weg ist er. Malen. Malen. Malen hat mich erreicht. Das ist nicht der Malen. Malen ist hier. Ich mache jetzt noch. Malen. Malen ist hier. Ich mach ihm. Malen. 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 Ich lege um mich. Malen. Malen hat mich. Malen hat einen Kiss. Hier, da vorne kommt der Malen. jetzt wieder ja genau der ist normal ist oder geschlossen ist bali malon ist in der rung über das scheiß renegade wow ist der fliegel am afteten der fliegel am afteten er fliegel am afteten ich bin da dare zucking vomm baut mariana da wenn wir es weitergeht, ich bin down, wirklich down, bitte unterstützung wieso haben wir keine Luftabwehr die haben einfach Luftabwehr, gell, der Malon sitzt gerne in Luftabwehr die Pistolen da oben haben, die großen Waffen, dass die Flugzeig ausschießen können das ist scheiße ja, wie kann man das machen? weiß ich nicht bring den um, aber was ist denn mit dir? GALAXIE cheatert mich an der teamt mich an der nein, nicht GALAXIE, sondern einer von unserem Team da hinten da habe ich ich bin low die cheaten da hinten pass auf der auch nicht bringt ihn nicht um hier hier hoch hier da hier zu wo ist du du Mutter an... Schieb einem Sieg. Und, ja. Wie steht sie? Marlon, bist du nur da? Ja. Na. Hola, bien. Bienvenidos. So mal tu. Digga, ja. Mein normaler Verlust erst mal. Ja, im Nutschulke kann er verlassen. Der Marlon hat verlassen. Ich muss es für einen hier klar aufhören. Ja, es ist schon einer zu uns gehören. Ich bin der Kopfhörer. Ich geh auch jetzt da aufhören, ey. Ich geh aufhören. Ciao. 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 Ciao, Marlon. Ciao. 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 Ciao.